Ich schaffe nicht mal den einfachsten Sprung, ey. Ich schätze, irgendwo um nirgendwo, hier ist alles offen, ich gebe es gleich auf, ich besuche gleich hier noch hellsam, ja. Das war knapp. Hä? Ich kapier es nicht, muss ich mal da hochkommen. Das da ist einleuchtend. Endlich mal ne Kiste gelootet, ja. Die hatte ich zum Beispiel noch nicht. Naja, weil du ja hier nie runtergesprungen bist, so wie ich, du bist ja nicht so lebensmüde. Die war auf diesem riesengroßen Metall Tower. Und du wolltest, dass ich da runterkomme und mir was angucke. Oh, endlich. Ah, nein. Und das wird zwar Holzblänke. Echt jetzt. Heute schlagt mich Holzblänke. Da oben wäre wieder ne Kiste. Ok, wie soll das jetzt funktionieren? Ist hier rechts ne Leiter? Ne. Also. Hier ist nur Schrott aufgeworden. Wow. Ich hab den ganzen Weg umsonst gemacht. Hier oben ist nichts mehr. Kein Bauteil, kein gar nichts. Gibt'sig nach. Das war eine H Crowd extrem. Ich hab den ganzen Garten mitgekommen. Ich rufe deklar zu Ende. Ich rufe die Bundeskarte. Ich rufe dem Schnell. Und ich rufe der Wasser. Ich rufe der Wasser. Ich rufe das Wasser und Sprech. Ich rufe der Wasser zu Ende. Ich rufe. Oh Leute, hier sind wir losgegangen. Ernsthaft? Da ist eine Kreissegel, da ist nur Metallschrott. Mit der Kreissegel können wir aber irgendwie nicht interagieren. Nö, mit dem Ambus den ich gefunden habe auch nicht. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wir kommen nicht vorwärts, weil wir dieses komische explosive Pulver nicht haben. Ah, das ist zweimal mit Teilschrott. Ne, da komme ich nicht. Sowie, dort lang und dort die Leiter. Jetzt müssen wir mal Google fragen, wo man den Spaß findet. Wird uns sonst nichts anderes übrig bleiben. Macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn wir jetzt tausende Folgen landen. Da machst du. Hier ist Erde und ich habe die Schaufel zu Hause gelassen. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ach, benötigt explosives Pulver. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Gut. Autsch. Ehm, irgendwie muss das doch gehen. Denn da drüben ist auf jeden Fall was. Ich schlafe meine Beine ein vom ewigen Rumsitzen. Wir haben jetzt halt schon 11 Biokraftstoff. Äh, ich habe 8 im Gepäck. Also 19. Daneben oder getroffen? Daneben. Ähm, ich habe aber gleich mal was mit dem Boot vor. Oh je. Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich will nur gucken, ich mache dir die Eier mal beim Fleisch rein. Äh, mehr habe ich nicht. Was ist das? Weil ich habe da was gefunden, wo man so einfach nicht hinkommt. Und da habe ich wenigstens noch irgendwas für die Folge. Zum Anlunzen und Looten. Was? Kommt da wann wo? Ich bin halt weiter schon. Ne, da kommst nicht mal du hoch. Und wenn, dann hasse ich dich. Weil ich dann wirklich bloß ein Drittel in der Folge gesehen, gefunden habe. Und alles andere war dann bei dir. Ja. Hast du ja alles dann in die Kiste zu Gesicht bekommen. Ah, das haben wir zum Beispiel schon. Der scheiß Wimpel kann wegbleiben. So. Oh, ich bin ein Dulli. Hast du Salz, was du getroffen, oder? Okay. Ähm. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo war das? Scheiße, wo war das? Was ich machen wollte. Von wo bin ich gekommen? Ah, da hinten. Okay. Suchst du mal ganz kurz den Ankerlicht, ne? Ähm, ja, warte. Gar nicht? Ja. Ja. Ja, das war's genau. Ohne Seilrutsche kommt man dort nicht hin. Und ich will das jetzt mit dem Boot fassen. Das war's doch nicht. Hä? Ja, aber ohne Seilrutsche, das bringt uns ja nichts, Alter. Doch, das war's. Naja. Ja. Da war ich schon? Da war ich schon. Fick dich. Ich hab gesagt, ich hasse dich. Ich wollte wenigstens... Boah. War ich da schon? Weiß ich nicht. Ich war auf solchen kleinen Abspringen. Es war anstrengend, da hoch zu springen. Weil dort nicht einfach nur Leitersprünge waren. Ja, wo fahren wir gar nicht. Ja, ich hab doch gesagt, nö. Jetzt hab ich kein Bock mehr, wenn du dort echt schon warst. Aber dort kannst du nicht gewesen sein, dort ist noch eine Kiste. Hä? Hm. Wo siehst du da in der Kiste? Ich seh nicht mal von hier aus, Arne. Geh mal bitte an Anker. Sag wann. Ja, warte. Wir müssen erstmal ein Stück dran vorbeigurken. Dann fangen wir mal vorwärts? Was? Nö. Es steht auf dem Fleck. Ne, wir fahren. Aber vielleicht nicht in die gewollte Richtung. Weil hinten ist ja nichts an. Warte mal, ich krieg's ein bisschen mehr Power. Was machst du denn? Ich mach an. Daniel? Ja, aber ganz langsam. Wir laufen beide aber. Wo sagst du wann? Na ja. Ah. Anker werfen. Ich meine, das war das. Da goh. Mist. Ja, du kannst. Ich will einfach nur meinen normalen Weg hier probieren. Ey, wenn du doch in echt schon warst, ne? Ich quitte. Ey, ich mach das anders herum. Von außen rum. Das ist wirklich das. Boah, ich... Ich quitte das Projekt. Und ich glaub nicht, dass du hier warst. Weil dort ist noch alles zu. Dann ist das vielleicht identisch mit der Rückseite. So, und da oben muss der Urlauber sein. Auf jeden Fall hab ich ne Kiste mit ein bisschen was zu fressen gefunden. Was hat dir das Boot jetzt gebracht? Ich wollte vom Boot aus hier drauf springen. Hat's aber nicht... Hat nicht geklappt, oder? Nee, nicht so wirklich. Was ist das? 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 Oh Gott. Ich würde auch mal sagen, nach der Folge googlen wir erstmal. Ja. Ja, es sind noch 10, 5 bis 10 Minuten. Ich würde halt trotzdem nochmal rumgucken, weil irgendwo muss ja noch was sein. Ja. 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 Da achievements auch Hei. Okay, hier kann man Luft holen. Das ist sehr gut. Nein. Scheiße. Ich muss halt so schwimmen, dass der mich nicht zu fassen kriegt. über haifleisch würde ich mich auch nicht hier sind auf jeden fall erze ich folge gerade im unterwasserschlauch das geht ganz tief nach unten was für den roten der am fahrrad war und du brauchst eine taucherausrüstung denn es gibt noch vereinzelte punkte wo du luft holen kannst und hier gibt es erze ohne ende und es geht immer weiter runter und der hai hat mich gleich tot scheiße am der errungenschaft und hier unten ist ein container da kommt blubberbläschen raus und hier ist ein bauplan erste hilfe ich habe einen schlüssel ich habe einen fahrrad lecker und bauplan nicht fahrrad lecker zweiter teil zur rutsche ist das du kannst jetzt erforschen metall detektor ja jetzt ist das problem ich bin fast tot ja ich bin und ich habe einen schlüssel gefunden du kannst schwimmen ich habe hier ein haja in meiner arschbacke ja warte mal schlüssel das ist ein schlüssel mit einem blauen kreuz drauf so ein erste hilfe kreuz stand da eben schlüssel zur krankenstation beschäftige den heimer bitte weil es wird richtig schwer werden der ist bei mir ich habe keine taucherausrüstung ja der ist hier oben bei mir das wieder zum luftholen metallschrott erze glibber pflanzen hier alles hast du hier unten so was wäre ich halt echt nicht bekommen diesen bescheuerten schlauch zu folgen du ich auch nicht ich glaube das ist einfach mal just for fun gemacht wegen erze gucken ich habe gerade ein metallerz reingeholt oh scheiße oh scheiße ich sehe dich ok der heil ist hier nicht gerade ich werde nicht beknabbert ich werde beknabbert gleich in fünf ja kannst du aus dem wasser gehen ich habe jetzt so weit wie der leben dass er mich zu wem anknabbern kann bist ja eh gleich da Achtung der ist hinter dir das war zu spät so wir brauchen jetzt den abgeschlossenen ort nämlich die krankenstation und dort finden wir hoffentlich das letzte teil und das heißt die wird was steht dort der major da oben steht major ach die ist sicherlich ganz oben da waren so einen haufen beschilderte wir brauchen komm mal mit hoch ach so da war die leider hübs ähm man wo kam er da hoch ich bin hier schon hoch gekommen ach so oh nix klang aber nicht wie nichts wir müssen echt daran denken dieses komische Netz zu bauen ach so und die kiste die da unten war auf dem Vorsprung die habe ich geholt da war eine kiste du hattest hier oben auch noch irgendwas oder ja die ganze bescheidung oder so schildert für juni april alaya die hilmann das ist diese kuppel die wir finden müssen sie gehört nämlich zu teil capture 2 fehlt immer noch ein teil der seilrutsche genau wir haben zwei und das letzte wird in der krankenstation sein die wir jetzt finden müssen mit und und mit diesen schlüsse aufschließen nützlich und wertvolle betale zu vergeben zu finden vergisst schaufel nicht mit teil detektor das wird dann für die neuen ärzte sein wie titanium und so weiter hey 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 wo ist hier goldwana bread and bakery hey das ist nichts dass er besiegt please take because more prude please wait for me any long so sorry for my father who should we like to saw a different close to Moos von Arak Lemas Brat und Barki Ja, da bin ich gerade hier Meat Hier ist aber nichts Warten mal kurz T Schlüssel zur Krankenstation Das wird bei Major sein Aber wie sollen wir da hinkommen? Mit einer Seilrutsche Das heißt hier ist irgendwo noch ein Teil Versteckt Ich hab doch gerade irgendwo Was gesehen Hier Lazaretz Ich hab's Ich weiß noch nicht ob wir und wie wir da hinkommen sollen Ähm Wo ist es? Da drüben ist es Dahinter Auf der anderen Unselseite dort Ja, da brauchst du die Seilrutsche dazu Ah Also fehlt hier wirklich noch ein Teil Ach ja stimmt, da sind doch die Schweine Ehm Guck mal Guck mal Alk Warte, ich will hier erstmal ganz kurz hoch Nööö, das ist mir bewusst dass man das machen kann ich verdurste nämlich gerade diese verdurstest du eigentlich nicht weil ich dingsbums dabei habe hier wie heißt das zeug kokosnüsse ach so könnte ich auch mal dran denken eigentlich am besten wirklich immer kokosnüsse und ach scheiße unser schiff ist ja jetzt ganz woanders und dingsbums mitnehmen was haben wir hier war ernsthaft noch was umgelootet Highlight in dieser folge Highlight in dieser folge. Ike findet Loot es ist wieder dunkel das ist nicht gut äh ne hier unten war ja nix weiter das war diese kack Dreckspumpe oh mein Gott der kam von ganz tief unten ja hier war ich schon irgendwo ist noch was versteckt die frage ist nur wo wir haben safe schon eine 40 50 minuten folge ne gerade bei 25 minuten ach du hast schon neu gestartet oder? ja ich mach keine 40 50 minuten da würde mir ja was fehlen am Cover so hier liegt nix das sieht mir nicht so aus als ob es da was gibt das war ein Satz mit x ähh stell ich mich kurz hier in auf das ist das ist das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal.